Hallo, Robert Yachtschuh-Leichler. Durch die Corona-Maßnahmen werden wir leider nicht in der Lage sein, den C-Doc-Kurs in der Form durchzuführen, wie er ursprünglich geplant war und wie immer stattgefunden hat. Das ist eine sehr körperliche Geschichte. Man muss bestimmte Dinge lernen, Manipulationen an einem Menschen und bestimmte Dinge einfach abgreifen, buchstäblich. Das funktioniert in dieser Form nicht. Es wird ein Notprogramm geben für diejenigen, die leider zu deutlich höheren Preisen, für diejenigen, die dringend diese Zertifikate brauchen. Wir informieren alle Kunden und ansonsten warten wir auf einen Corona-Impfstoff, dass wir in gewohnter Weise wieder am Hühnerbein nähen können und entsprechend lernen können, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Bis bald. Tschüss.